Hallo und herzlich willkommen liebe Producer zu Lektion Nummer 8 unserer Hip-Hop-Produktionsserie. Hier entsteht also ein kompletter Song von der Idee bis zum fertigen Track in Q-Base 11. Wir sind gerade mitten beim Songtext schreiben und in der letzten Lektion haben wir uns mit dem Thema Flow beschäftigt und dabei ist die erste Strophe entstanden. Dabei haben wir unter anderem Reime im Text verwendet, aber tatsächlich gar nicht drüber gesprochen. Und gerade im Hip-Hop sind Reime ein ganz wichtiges und besonderes Thema, da dort noch ein bisschen anders mit Reimen umgegangen wird als in vielen anderen Genres. Und deswegen wollen wir uns in der heutigen Lektion mal ein bisschen intensiver mit dem Thema Reime beschäftigen und schreiben dabei die zweite Strophe unseres Songs. Am Ende der heutigen Lektion weißt du, was Doppelreime sind, wo die im Takt positioniert werden und wie du inhaltlich passende Reime für deine Texte finden kannst. Starten wir durch! Wir starten hier wie immer mit dem Stand aus der letzten Lektion und den finden alle Pro-Member auf mein-homestudio.de wie immer unter der letzten Lektion zum Download. Klingt aktuell so. Schauen wir uns an dieser Stelle doch mal den Text aus der ersten Strophe an. In dieser Schreibweise der sogenannten X-Dot-Methode habe ich jede Zeile so geschrieben, dass sie exakt einem Takt im Beat entspricht. Das heißt, auf diese Weise landen die Reime dann auch wirklich am Ende der Takte und das ist genau die Stelle, an der der Hörer sie auch erwartet. Wir sehen, dass sich die Reime hier am Ende der jeweiligen Zeilen befinden und wir sehen folgendes Reimschema. Die erste Zeile reimt sich auf die zweite und die dritte auf die vierte und so zieht sich das durch den kompletten Text durch. Wer im Deutschunterricht schon mal ein Gedicht analysiert hat, erkennt das hier vielleicht als den sogenannten Paarreim. Es gibt also immer Paare von zwei Zeilen, die sich aufeinander reimen. Der Paarreim ist das typischste Reimschema für Rapmusik, das heißt wir finden in den allermeisten Songs wirklich Paarreime. Reime an für sich fügen Songtexten eine zusätzliche Ästhetik-Ebene hinzu und dadurch sind die Texte auch insgesamt eingängiger, einprägsamer und auch ein Stückchen interessanter. Dabei können uns Reime in unterschiedlicher Form und Komplexität begegnen und wir wollen uns daran mal herantasten mit einem kurzen Crashkurs, mit der einfachsten Form der Reime, nämlich dem einsilbigen Paarreim. Beispielsweise auf das Wort Reim selbst hätten wir verschiedene saubere Möglichkeiten darauf zu reimen, zum Beispiel mit Leim. Ab dem Silbenkern, also den Vokalen in unseren Silben in der deutschen Sprache, klingen diese beiden Wörter gleich und deswegen reimen die sich aufeinander. Aber ganz wichtig ist hierbei, dass sie gleich klingen und nicht unbedingt gleich geschrieben sein müssen. Denn das englische Wort time würde sich auch wunderbar auf diese beiden Reimen, obwohl es unterschiedlich geschrieben wird. Wir können uns also merken, dass es bei Reimen nicht um die Schreibweise geht, sondern darum, dass sie klanglich ähnlich oder gleich klingen, die sogenannte Phonetik. Bei diesen drei Reimen hier oben spricht man außerdem von sauberen Reimen, da sie phonetisch ab dem Silbenkern absolut gleich sind. Wir können aber auch unsaubere Reime darauf finden, indem wir phonetisch ähnliche Wörter suchen, sowas wie schein. Die Endung ein klingt also phonetisch nur ähnlich und nicht gleich zu ein. Und da wir im Rap ziemlich schnell unterwegs sind und gleichzeitig viel Spielraum mit der Aussprache und der Gestaltung unserer Sprache haben, gibt es hier durchaus viel Auslegungsspielraum für unsaubere Reime. Das heißt, dass wir im Rap teilweise mit sehr viel unsaubereren Reimen durchkommen als in anderen Genres, einfach weil wir die Möglichkeit haben, die auf die entsprechende Weise auszusprechen. Also selbst ein zweisilbiges Wort wie bleiben könnten wir tatsächlich, wenn wir es schnell aussprechen, auf Reim reimen. Der wichtigste phonetische Anteil in den Reimen ist dabei aber der Silbenkern, das heißt die Vokale, die hier drin stehen, nicht etwa die Endung. Also zum Beispiel das Wort Beil ist dem Reim phonetisch ähnlicher als so ein Wort wie Team. Obwohl Team eben die gleiche konsonantische Endung hat, ist der Silbenkern eben nicht gleich und deswegen ist Beil noch phonetisch ähnlicher als Team. Aber was passiert denn eigentlich ab dem Moment, wenn wir mehrsilbige Wörter aufeinander reimen, wie zum Beispiel standen auf fanden? Hier drin gibt es also jetzt zwei Silben und die beiden Wörter reimen sich aufeinander, weil sie ab dem ersten Silbenkern wirklich gleich sind zueinander phonetisch. An dieser Stelle kommt jetzt nämlich die Betonung ins Spiel. Wir haben in der letzten Lektion schon festgestellt, dass Wörter ihre betonten und unbetonten Silben haben und in dem Wort standen ist es eben die erste Silbe, die betont ist und bei fanden ebenfalls. Das würde sich nicht aufeinander reimen, wenn in dem ersten Wort die erste Silbe betont ist und im anderen eben die zweite. Beispielsweise reimt sich kanal auf banal, aber nicht auf mahnmal. Hier drin haben wir also in den ersten beiden die Betonung auf der letzten Silbe und in mahnmal ist allerdings die erste Silbe betont und deswegen passt es eben nicht aufeinander. Die Grundregel hierfür ist also, dass sich bei mehrsilbigen Reimen auch die Silbenbetonung in den Reimen ähneln muss und wir reimen immer mindestens ab der letzten betonten Silbe. Beispiel Kulissen. Das ist also ein dreisilbiges Wort, das in diesem Fall auf der zweiten Silbe betont ist. Und der Reim darauf muss sich also wieder ab der betonten Silbe reimen. Was davor passiert, kann uns relativ egal sein. Also wir könnten auch vermissen zum Beispiel drauf reimen, denn ab der betonten Silbe ist das Ganze ein phonetisch sauberer Reim. Der Reim darauf muss auch nicht dreisilbig sein. Wir können hier zum Beispiel auch Kissen drauf reimen. Passt super, weil ist ebenfalls auf dem Ist betont und die Phonetik hier funktioniert wunderbar in den letzten zwei Silben. Und wenn wir das übertragen in die Welt der unsauberen Reime, haben wir plötzlich ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten hier drin im Hip-Hop. Wir könnten zum Beispiel die nächste Zeile beenden auf seit ich dich kenn. Um diese Endung aber als Reim zu verkaufen, ist es ganz wichtig, wie wir sie betonen. Ich kann sie nicht betonen auf dem Kenn. Seit ich dich kenn würde sich nicht auf Kulissen reimen, nicht mal wenn ich es hinbiege. Aber wenn ich die Betonung in dieser Zeile dann eben auf dem Wort dich setze, dann kann ich das tatsächlich so interpretieren, dass sich das auch wunderbar auf vermissen reimt. Ich werde die sauberen Reime sicher vermissen, denn die Interpretation ist viel komplexer, seit ich dich kenn. Und das bringt uns direkt auf das nächste Level, nämlich die sogenannten Doppelreime. Das ist die Königsdisziplin der Reime im Rap. Doppelreime sind mehrsilbige, phonetisch ähnliche Reime. Die dürfen also durchaus ein bisschen unsauber sein, aber wichtig ist, dass die Betonung passt. Beispielsweise hier in der ersten Strophe, dritte und vierte Zeile, Menschenmassen auf leeren Gassen, ist ein solcher Doppelreime. Wir schauen es uns kurz an. Die betonten Silben in Menschenmassen liegen auf der ersten und der dritten Silbe. Menschenmassen, ja. Und leeren Gassen hat jetzt an den Stellen, wo diese Betonungen sitzen, auch Betonungen. Der hintere Teil, Massen auf Gassen, ist also phonetisch in dem Fall wirklich gleich. Das ist ein sauberer Reim. Aber wenn wir uns den Teil davor anschauen, ist es ein bisschen unsauber, denn Men auf Leer ist eben phonetisch schon ein bisschen unterschiedlich zueinander, klingt aber dennoch ähnlich. Noch ähnlicher zu Menschenmassen wäre vielleicht zum Beispiel das Wort Heldenhaften. Die Silbenkerne passen in diesen beiden Zeilen also noch besser zueinander als zu leeren Gassen, weil das Leer hier vorne ein langes E ist, ein offenes E und das ist eben ein kurzes Äh, Menschenmassen, Heldenhaften. Ich lege hier also gar nicht so viel Wert auf die Konsonanten, dass die in dem Reim passen, sondern wirklich die Silbenkerne, die sind mir hier wichtig und die Betonung. Westentaschen zum Beispiel würde auch wunderbar passen. Doppelreime zu finden kann also was super Spannendes und Ästhetisches sein, in dem man sich selber auch in der Assoziation trainieren kann. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, sich dabei helfen zu lassen. Beispielsweise gibt es eine App mit dem wunderschönen Titel Doppelreim, die einem eben auf mehrselbige Worte auch viele verschiedene Reime liefert. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Und beim Schreiben kann das natürlich eine super Hilfestellung sein, um inhaltlich passendere Reime zu finden, als einem vielleicht in dem Moment selbst gerade einfallen können. Selbstgemachten, rätselhaften, hergebrachten, sterbenskranken zum Beispiel wird mir hier vorgeschlagen. Aber zum Beispiel auch das Wort Gesellschaften. Das ist eins, das müssten wir natürlich dann prüfen. Gesellschaften passt von den Silbenkernen erstmal wunderbar, aber die Betonung haut nicht hin. Ja, Gesellschaften ist nämlich, trotz dass es vierselbig ist und dass die Silbenkerne erstmal so aussehen, als könnten sie passen, ist auf der zweiten Silbe betont und wird sich phonetisch wirklich nicht gut reimen. Okay, soviel zum Crashkurs im Thema Doppelreime. Und wir schauen mal, wie wir das Ganze in der Praxis anwenden können in Strophe 2. Zu Beginn der zweiten Strophe möchte ich gerne die Szenerie noch näher beschreiben, diese dystopische Welt und hier den Struggle unseres Überlebenskünstlers beschreiben. 1. Über mir regnet die Asche. Ich hab genug vom Feuer. In dem Moment, in dem ich das Ende einer Zeile formuliere, gebe ich natürlich auch ganz viel für den Reim vor. Wir wollen den Doppelreim ab der betonten Zählzeit beginnen lassen. Das heißt, in diesem Fall wäre es eben ein vierselbiger Reim, der auf Ug beginnt. Beispielsweise das Wort Ungeheuer würde sehr gut passen, da es eben auf der ersten Silbe betont ist und auf der dritten. Und wir können an der Stelle auch feststellen, dass die zweite Silbe in diesem Doppelreim phonetisch gar nicht zueinander passt. Also vom auf das G von Ungeheuer reimt sich hier auf jeden Fall nicht. Aber das geht trotzdem als Doppelreim durch, weil es eben an einer unbetonten Position steht. Aus meiner Sicht ist nämlich die Betonung in den Doppelreimen tatsächlich und dass sich diese Silben gut aufeinandereimen wichtiger, als dass die unbetonten Silben auch wirklich passen. Also die Zählzeit 4 hat hier so viel mehr Gewicht in der Wahrnehmung als die unbetonte Sechzehntel danach, dass wir das ganz glatt als Doppelreim durchbekommen. Zum Beispiel so könnte dann die zweite Zeile aussehen. Über mir regnet die Asche. Ich hab genug vom Feuer. Jetzt trage ich die Narben vom Kampf gegen meine Dämonen und Ungeheuer. Das ist natürlich jetzt eine ganz schön dramatische Zeile geworden und ich glaube, inhaltlich hätte ich an der Stelle lieber was über den Verlust gesagt, was er alles verloren hat, beziehungsweise wie schwierig der Struggle ist, immer wieder aufzustehen und die Dinge neu zu versuchen. Aus meiner Sicht steht beim Schreiben von Songtexten nämlich immer der Inhalt über dem Reim. Also in so einer Situation bin ich lieber dazu bereit, den Reim aufzugeben oder etwas umzuformulieren, aber dafür eben dem Inhalt treu zu bleiben. Andernfalls kann es nämlich ganz schnell passieren, dass wir vom Inhalt abschweifen, den roten Faden verlieren oder sogar Zweckreime dadurch entstehen, dass wir eben schöne Reime verwenden, aber eben keine passenden. Also lasst uns damit spielen und die Zeile wieder löschen und schauen, was wir stattdessen machen können. Wir könnten jetzt natürlich einen neuen Reim auf UG vom Feuer finden. Da lassen sich bestimmt noch einige andere Möglichkeiten hier finden, aber ich möchte an der Stelle gleich mal darauf hinweisen, dass wir auch die Möglichkeit haben, das Ende der ersten Zeile einfach umzustellen, dass wir das also auf eine andere Weise sagen. Zum Beispiel das Wort genug ans Ende setzen. Ich habe vom Feuer genug. Sagt inhaltlich exakt das Gleiche und wir haben jetzt einen völlig anderen Reim. Also diese Option, die Zeile einfach umzuformulieren, am besten immer im Hinterkopf behalten, weil das unsere Möglichkeiten einfach vielfach erweitert. Ja, hier habe ich die zweite Zeile jetzt zum Beispiel triolisch vollgepackt und habe als Reim hier jetzt einen neuen Versuch hingepackt, das also wieder ab der betonten Zählzeit hier, ab dem euer vom Feuer reimt. Über mir regnet die Asche. Ich habe vom Feuer genug. Musste so vieles zurücklassen. Denk jedes Mal daran mit jedem neuen Versuch. Ich habe gewartet auf Signale, auf ein Lebenszeichen. Doch stand alleine da mit meiner Hand voll Fähigkeiten. Wenn wir in den Doppelreimen mehrsilbige Substantive aufeinander reimen, wie hier Lebenszeichen auf Fähigkeiten, bezeichnet man das als sogenannten Nomenreimen. Und die haben im Rap nochmal eine kleine Sonderstellung, weil es ein bisschen schwieriger ist, eben mehrsilbige Substantive passend zueinander zu finden. Wenn wir die Silben also zum Beispiel zerteilen und daraus mehrere Worte im Reim machen, wie zum Beispiel auf meinem Weg zu bleiben, ist das natürlich entsprechend leichter, hier einen Reim darauf zu finden. Und Nomenreime, genau, können dadurch auch eine kleine Herausforderung sein an der Stelle. Außerdem gibt es hier noch dazu zu sagen, Reime werden an sich besser wahrgenommen, wenn danach eine Pause wirkt. Also wenn wir danach eine Pause lassen, kann der Reim sich entsprechend entfalten und steht auch ein bisschen hervor in der Zeile, wirkt entsprechend. Und dadurch wird der vom Hörer auch leichter wahrgenommen, als wenn wir hier direkt im Anschluss weitermachen. Ja, dadurch, dass ich jetzt die Pause hier hinten einfach weggenommen habe und direkt weitermache, wird der Reim natürlich ein bisschen in den Hintergrund gestellt und wirkt dementsprechend nicht ganz so gut. Also, das kann eine schöne Art und Weise sein, Reime auch hervorzuheben, indem man Pausen lässt danach. Außerdem gibt es dann noch die sogenannten Binnenreime zu erwähnen. Es gibt also durchaus die Möglichkeit, dass wir auch innerhalb der Zeilen irgendwo Reime mit verstecken. Und vielleicht können das sogar die gleichen Reime sein, die wir am Ende der Zeile hier stehen haben. Beispielsweise hätten wir hier die Möglichkeit auf Lebenszeichen einen ein bisschen unsaubereren Reim, aber Steh alleine, wenn wir das ins Präsenz versetzen, dann hätten wir hier Steh alleine als Reim auf Lebenszeichen. Selbst dann, wenn Binnenreime vielleicht ein bisschen unsauber oder sogar versteckt sind, ist das für den geneigten Rap-Hörer doch mitunter eine Herausforderung, hier die Ohren zu spitzen und vielleicht auch sowas zu finden. Leichter wahrzunehmen wird so ein Binnenreim aber natürlich, wenn wir ihn rhythmisch gleich zur Zählzeit positionieren wie den eigentlichen Endreim. Ja, in dem Fall hier ist die Hauptbetonung auf der Zählzeit 2 und das wäre in Lebenszeichen hier das Zeichen, aber wir wollen eigentlich auf der ersten Silbe betonen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Steh alleine jetzt entweder um eine halbe Zählzeit nach vorn oder nach hinten zu verschieben. Zum Beispiel auf diese Weise landet unser Binnenreim jetzt gleich zu Beginn der vierten Zeile, sodass er nach Lebenszeichen deutlicher wahrgenommen werden kann. Ich habe gewartet auf Signale, auf ein Lebenszeichen, Steh alleine, da gib alles mit einer Handvoll Fähigkeiten. Ja, so könnte das klingen. Okay, im Inhalt der zweiten Strophe möchte ich jetzt gern viel Fokus auf das Mindset unseres Überlebenskünstlers setzen, sodass also der Struggle, aber gleichzeitig der Kampfgeist im Vordergrund stehen. Und ich setze mich mal direkt an die nächsten acht Zeilen hier. Ja, das hier wäre mein Entwurf für die zweite Strophe. Mir ist nochmal bewusst geworden, wie wichtig das für mich ist, hier die X-Dot-Methode mitzuverwenden, um die Betonungen direkt mit festzuhalten. Denn die Silben, die am Ende der Takte auf den Zählzeiten landen, geben ja vor, ab welcher Silbe der Reim überhaupt beginnen soll. Und da gibt es häufig mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie man die Silben dort draufsetzen kann. Zum Beispiel in dieser Zeile hier hätte ich durchaus auch das Wort Dosen auf die vier setzen können. Aktuell klingen die letzten beiden Zeilen jedenfalls so. Ich schreibe meine Geschichte mit Dosen auf Ruinen und weiß, ich finde den einen Weg zu meinen tausend Zielen. Wenn ich hingegen das Wort Dosen auf die Zählzeit 3 lege, verschiebt sich damit also auch die Position des Reims. Und in dem Fall habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder einen zweisilbigen Reim auf Ihnen mit Zielen zu bringen. Da wäre tatsächlich egal, was ich hier davor schreibe. Oder aber ich verlängere meinen Doppelreim, sodass eben diese beiden Silben mit dazukommen, sodass wir ab der Zählzeit 3 all diese Silben reimen. Zum Beispiel so wäre jetzt das O von Dosen hier also auch im Erfolg mit vorhanden. Klingt so. Ich schreibe meine Geschichte mit Dosen auf Ruinen und weiß, ich finde den Erfolg in tausend Zielen. Okay, das vielleicht nochmal zum Deutlichmachen also, wie die Position der Silben und Betonungen tatsächlich auch den Reim beeinflusst. Die erste Version hat mir hier aber persönlich besser gefallen und ich habe das mal rückgängig gemacht und würde zum Abschluss der Lektion mal die zweite Strophe als Entwurf in meine Demo-Vocalspur in Cubase aufnehmen. Lebenskünstler Über mir regnet die Asche Ich hab vom Feuer genug Musste so vieles zurücklassen Denk jedes Mal daran mit jedem neuen Versuch Ich hab gewartet Auf Signale Auf ein Lebenszeichen Steh alleine Da gib alles Mit ne Handvoll Fähigkeiten Nein, der Weg, der war wirklich nicht einfach Verstruggel Ich habe mich durchgekämpft Risiken auf mich genommen Ich fand meine Willenskraft Jetzt lauf ich ungebremst Zu neuer Höchstformauf Doch für mich die wertvollste Erkenntnis Ist ganz egal, was kommt Ich erklimm jeden Berg Ich bleib beständig Auch wenn es noch so hart kommt Ich find immer nen Weg, den noch keiner gesehen hat Lern aus Vergangenem Seh, was die Zukunft bringt Und bin bereit in der Gegenwart Ich schreibe meine Geschichte Mit Dosen auf Ruinen Und weiß, ich find den einen Weg Zu meinen tausend Zielen Ich lauf durch rauchende Straßen Auf der Asche Einer langweiligen Dystopie So, damit stehen also die Textentwürfe Für die erste und zweite Strophe Jeweils gefolgt von Bridge und Chorus Und wenn wir das alles direkt aneinander packen Landen wir im Moment hier bei einer Dauer Von 2 Minuten 44 Da wir hier in einem ziemlich langsamen Tempo sind Sind zwei Strophen A 12 Takte tatsächlich schon ziemlich viel In der zweiten Strophe hat sich die Geschichte Unseres Überlebenskünstlers Bis zum Hier und Jetzt entwickelt Und wir haben tatsächlich noch eine andere Perspektive Auf das Mindset dahinter bekommen Und ich denke, damit ist die Geschichte Schon ziemlich umfassend erzählt Ich würde den Text also fürs erste Gen genauso stehen lassen Und mit den Demo-Vocus Haben wir hier ja auch die Betonung Und den Flow illustriert Mit STRG S speichere ich dieses Projekt Genauso ab Und für unsere ProMember auf mein-home-studio.de Gibt's das wie immer unter dieser Lektion Für euch zum Download In der nächsten Lektion wartet dann wieder Ein sehr spannendes neues Thema auf euch Wir werden uns mit dem Abmischen von Rap-Vocus Beschäftigen und schauen Wie wir eine schöne Effektkette Für die Stimme aufbauen können Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst In dieser Lektion Und wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren Beim Reimen in deinen Texten Und wir sehen uns in der nächsten Lektion Bis dahin, mach's gut Bis dahin, mach's gut Ciao Bis zum nächsten Mal.